...verhaftung des Oberstaatsanwalts Zeit, Mottosaui, der wird als naher politischer Verboter des Präsidenten. Mottosaui hatte als Staatsanwalt vor Positionelle und Organisatoren der sogenannten Gründer Revolution strafrechtlich verfolgt und immer wieder reformorientierte Tageszeitungen schließen lassen. Im August 2009 war Mottosaui nach Foltervorwürfen als Staatsanwalt entlassen worden. Im Kern geht es um einen Markkamp.